Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Heute diskutieren wir mal das Mage Setup. Viele Leute von euch haben mich gefragt, den Dungeon Sebi. Was soll ich nehmen? Ich weiß es nicht. Hilfe! Was brauche ich, um ein guter Mage zu sein? Im Dungeon? Heute reden wir darüber, auch für die verschiedenen Floors. Wir gehen heute mal über das ganze Mage Setup drüber, was ich für meine Mage Sachen habe und und und. Dafür begeben wir uns einmal ins Dungeon Hub. Einmal rein ins Dungeon Hub. Im Dungeon Hub werden wir weitere Informationen bekommen. Und so, befinden wir uns jetzt hier im Dungeon Hub und hier sehen wir auch schon ein perfektes Beispiel für einen Mage, der noch nicht so weit ist. Wie ihr sehen könnt, ihr braucht nicht zwangsweise direkt das krasseste Zeug, Heroic Spirit Rezepter, Goggles und Level 100er Sheep. Zuerst mal gehen wir über das klassische Mage Pad. Für das Mage Pad gibt es eigentlich keine große Variation. Ihr nehmt einen Level 100er Sheep. Im besten Fall Legendary, weil es gibt euch 200 Mana, 50 Ability Damage, reduziert die Mana Kosten um 20%, was mega wichtig ist, glaubt mir. Overheal, nachdem ihr keinen Schaden gekriegt habt, kriegt ihr nochmal ein Schild. Ist auch eine nette Passive, auf jeden Fall. Kann euch vor allem vor Bosskämpfen extrem gut helfen. Ein kleiner Schild kann nicht schaden. Und Dungeon Wizard erhöht euer totales Mana bei 25% in Dungeons. Als gehaltenes Item gibt es ein Textbook. Das Textbook erhöht nochmal das Mana des Pets um 100%. Ein super, super wichtiges Pad für Dungeons, vor allem für die Mage-Klasse. Gut, als nächstes seht ihr meine Ausrüstung. Ich bin bereits auf dem Stand für Floor 6, auch wenn ich diese noch upgraden muss. Aber prinzipiell reicht auch so ein Setup hier. Das hier sieht mir stark nach einem Anfänger-Mage aus, oder einem relativ neuen Mage. Bedeutet, was ihr euch zwar am Anfang holen könnt, ist eine Bonzo-Mask. Jedoch muss ich sagen, die Bonzo-Mask finde ich zum Beispiel nicht so gut. Ich würde euch einfach empfehlen, dass ihr hier zum Shop geht und euch hier einfach die Dark Goggles kauft. Erhöht auch den Schaden gegen Untod um 50% heißt, super gute Mage-Sache für euch. Generell Dungeon-Potions braucht ihr als Mage nicht zwangsweise. Ich nehme trotzdem immer mal wieder ein. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir erstmal die Standard-Ausrüstung. Am Anfang könnt ihr reingehen mit einer normalen Vice-Armor. Necrotic Vice, keine Sterne drauf, das ist wichtig. Natürlich, sobald ihr diese zu einem Dungeon-Item macht, diese Drachen-Rüstung, habt ihr ein Dungeon-Level, ab wann ihr es erst benutzen könnt. Die Vice-Rüstung ist für euch am Anfang ein sehr, sehr guter Weg, um leicht, oder mit wenig Geld, an ein Dezentes-Gier heranzukommen, für die eventuell Floor 1, Floor 2, eventuell noch Floor 3. Eure erste Waffe der Wahl sollte sein, ich gucke mal ganz aus dem Ocction aus, die erste Waffe der Wahl sollte der Bonzo-Stuff sein. Ja, das ist eine wirklich nicht teure Waffe, aber wie ihr sehen könnt, die ist definitiv für Dungeons gemacht, gerade für die Early-Levels. Mit 4000 Damage, das ist vollkommen in Ordnung, wir gucken mal, was so ein vollen Zauberter kostet. Wenn es geht, wollt ihr Ultimate-Wise drauf haben, braucht ihr jetzt nicht zwangsweise. Den Stab werdet ihr eh nicht so lange haben. Wenn ihr einen 5-Sterne finden könnt, würde ich euch den empfehlen. Ist einfach ein guter Zeit-Safe, ihr müsst ihn nicht selber hoch machen, ihr könnt euch die Essenzen sparen für teurere Sachen oder Sachen. Wie gesagt, euer Anfangs-Gier werdet ihr relativ schnell weghauen können. So, ihr habt jetzt euren Bonzo-Stuff, ihr habt eure Wise-Armor. Ihr fangt erstmal an, Floor 1, Floor 2, Entrance, eventuell noch bis Floor 3 hochzugehen. So, jetzt habt ihr aber Floor 3 gecleart. Was ändert sich? Euer Meta-Setup ändert sich. Und zwar seid ihr nun in der Lage, dadurch, dass ihr Floor 3 gecleart habt, eine Adaptive-Armor anzuziehen. Diese Armor gibt für jede Klasse bestimmte Stats, wie zum Beispiel für den Mage plus 50 Intelligenz. Gebt euch mehr Verteidigung, gebt euch alles mehr, ihr könnt die Rüstung jetzt tragen. Das ist auch die erste Rüstung, die ich euch empfehlen würde, auf 5 Sterne zu machen. Hier sind gerade nur Boots drin, warum auch immer. Boots sind das Billigste. Dann hier eine Hose. Macht genau das gleiche. Es kostet natürlich ein bisschen mehr, die Adaptive-Armor. Den Helm braucht ihr gar nicht. Den Helm könnt ihr weglassen, Reinhard-Theorie. Oder solltet ihr weglassen. Aber der Rest ist halb. Den Rest braucht ihr. Das teuerste Teil natürlich von der ganzen Adaptive-Rüstung ist, wie bei den meisten Rüstungen, die Brustplatte mit 5,1 Millionen. Darauf müsst ihr natürlich ein bisschen hinsparen, aber das sollte kein Problem sein. So, nun habt ihr die Adaptive-Armor. Was macht ihr jetzt? Ihr lauft jetzt vielleicht Floor 3 die ganze Zeit oder hüpft mal hoch zu Floor 4. Dann geht ihr aber mal in eine Floor 5 rein und merkt so, oh. Oh, es fängt an, äh, ich halte hier nicht mehr so gut aus und kriege verdammt viel Schaden. Denn jetzt mit Floor 5 kommt langsam das größte Update für euch, was ihr braucht. Ich würde euch empfehlen, dass ihr am Anfang, wenn ihr in Floor 5 anfangt, euch erstmal eine, äh... Eine Legendary, das ist wichtig, eine Legendary Zombie-Soldier-Hose holt. Na, die müsst ihr dann vielleicht noch reforgen auf, äh, Necrotic. Gucken, ob wir irgendwo eine haben. Na, ihr seht, die kostet nicht viel. Ich weiß nicht, ob ihr euch die so, äh, ich weiß nicht, wann man die genau tragen kann. Den Part habe ich so gesehen geskippt. Ja, aber hier 4 Sterne, 250 Karat. Das ist billig, das geht, das geht gut runter. Ähm, hier perfekt. Halbe Million, habt ihr eine perfekte Hose, die ist fertig. Vielleicht noch Hot Potato Books drauf. Könnt ihr anziehen in Dungeons, ist super gut, gibt euch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Verteidigung. Äh, ich glaube sogar ein bisschen mehr Mana als die andere Rüstung, als die Adaptive. Und, ihr wollt dazu noch, äh, die Brustplatte haben davon. Ebenfalls hier, ihr seht, das ist nicht, äh, das ist nicht so teuer wie eure Adaptive. Äh, hier könnt ihr die hier nehmen, macht die Necrotic, ist benutzbar, gar kein Problem. Okay, nochmal eine Million, kommt er gut mit weg. Jetzt kommen wir zum teureren Teil, nämlich, ihr braucht neue Schuhe. So. Ihr habt euch dann alles geholt, jetzt braucht ihr neue Schuhe. Ihr braucht die Necrotic Spirit Boots. Auch sind die im Preis hochgegangen, Allegory Compopulated. Okay, aktuell scheint nicht viel da drinnen zu sein, aber, das ist in Reinhardt-Theorie die Schuhe, die ihr haben wollt. Die Necrotic Spirit Boots. Das kostet ein Clean ungefähr 4,4 bis 4,5 Millionen. Ähm, geben wir euch eine Tonne Mana, ihr könnt ihr da nicht ins Fliegen. Ihr seht, super gutes Leben, super gute Verteidigung. Äh, euer Speed ist nice damit. War eben sehr nice. Ähm, und das sind erstmal die Meta-Schuhe, die ihr anhaben werdet. Sobald ihr Katakomben Level 16 erreicht habt, das ist in eurem Skillbaum, hier bei Your Skills. Dungeineering, und dann könnt ihr oben gucken, wer ihr das Level seid. Ich bin jetzt Level 3, äh, ich bin jetzt Level 22, auf dem Weg zu 23. Ähm, könnt ihr euch bei Ophelia hier die Shadow Goggles kaufen. Diese könnt ihr mit Dungeon Level 16 anziehen. Da sind hier oben die Dark Goggles, nur ein bisschen stärker, geben 50 mehr Mana, haben ein bisschen höheren Gearscore. Geben euch einfach generell mehr Mana und mehr Schaden gegen untote Monster. Was natürlich für Mord perfekt ist. So, dann kommt euer letztes Rüstungs-Upgrade. Ihr habt dann endlich Vorloh 5, dezent drinne. Ihr könnt es konstant laufen. Dann ist eigentlich erstmal nach Vorloh 5 ein Waffen-Upgrade bei euch benötigt. Und zwar das Waffen-Upgrade. Euer Bonzo-Stuff ist mittlerweile out. Ja, ihr macht nicht mehr so viel Schaden wie die anderen, ihr haltet nicht mehr mit. Das ist die Zeit, wo ihr euch ein Spirit-Zepter anfangen müsst zuzulegen. Dieses Spirit-Zepter macht ultra viel Schaden, zieht aber auch extrem viel Mana, weswegen viel, viel Mana für den Mage super wichtig ist. Und gerade das Sheepad diese Waffe deutlich erleichtert. Diese Waffe braucht nicht all die Enchantments, die ich drauf habe. Das ist Overkill, das ist einfach nur für Flex. Ja, ihr seht, ich habe Scout Potato Book. Das ist Necrotic, das ist 5 Sterne. Hat Ultimate Wise 5, das braucht ihr. Ultimate Wise 5 ist ein ganz, ganz wichtiger Enchantment da drauf. Aber wie ihr seht, selbst damit, ich habe damit 2000 Mana und die, ihr seht, hier mal Mana runter geht, das ist nicht feierlich. Da könnt ihr halt nicht so ultra viel mit Spam. In der Not könnt ihr euch den Bonzo-Stuff im Hintergrund lassen. Ja, und die Flittermäuse fliegen übrigens auch am Maus nach, damit das mal Leute sehen. Wissen nämlich ein paar Leute nicht. Ja, oder hier auch eine starke Linkskurve. Wissen viele Leute nicht, direkt am Anfang. Und das ist natürlich ein kleiner Tipp. So, wenn ihr diesen Stab hier dann endlich euch erfarmt habt, könnt ihr euch vielleicht auch eine Voodoo-Doll holen, eine Ink-Wand, das sind zwei nette Burst-Waffen. Oder wenn ihr sehr, sehr, sehr viel Geld übrig habt, könnt ihr euch den Ice-Bray-Wand holen. Das ist eine Waffe, die hat so eine Animation wie das AOTD, macht super viel Schaden, kriegt eure Gegner ein für 5 Sekunden und erhöht den Schaden, den sie nehmen, bei 10%. Bedeutet, super gute Mage-Waffe. Muss man nicht haben. Haben viele nicht. Ich hatte halt ein bisschen Geld über. Und das passt eigentlich. So, jetzt geht ihr aber auf Floor 6 zu oder Floor 7 oder vielleicht sogar höher, sobald es rausgekommen ist. Das Video hier wird natürlich frisch aufgenommen jetzt gerade. Bedeutet, an dem Tag, wo es rauskommt, ist es das Aktuellste. Bedeutet, jetzt habt ihr eure Necrotic Shadow Goggles. Wie ihr sehen könnt, habe ich immer noch. Grow 5, Brot 5, Rejuvenate. Sind super Goggles, kann ich Ihnen empfehlen. Dann wollt ihr aber upgraden. Jetzt habt ihr Floor 6 einmal geschafft. Vielleicht habt ihr euch carrying gelassen, eure Freunde haben euch geholfen. Dann upgradet ihr auf die Giant Necromancer Lord Boots. Warum Giant? Natürlich, ihr braucht mehr Mana. Bedeutet, Necrotic wäre der Mana Reforge. Jedoch, haltet ihr für Floor 6 und Floor 7 und so weiter schon absolut nichts mehr aus. Die Gegner gucken euch an, ihr fallt um. Das ist nicht gut. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen daran denken, umso mehr Leben ihr habt, umso mehr Schaden könnt ihr machen, weil ihr sterbt nicht. Bedeutet, auf die Schuhe kommt der Necrotic Reforge. Wie ihr sehen könnt, hinten in der grauen Zahl plus 1311 Leben und bei der Defense plus 500. Sehr, sehr gute Stats. Ebenfalls, ihr seht, ich habe keine Growth oder Protection 6 drauf. Das ist unnötig in meinen Augen. Aber, ihr seht, sehr gute Schuhe. Aktuell die besten, die ich tragen kann. Dann kommen wir zur Hose. Das ist die Necrotic Necromancer Lord Leggins. Ebenfalls, die habe ich auf Necrotic. Sie gibt mir trotzdem sehr viel Leben, sehr viel Defense und gutes Mana. Ebenfalls wichtig. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Nämlich der Loving Perfect Chestplate Tier 9. Diese Brustplatte könnt ihr mit Level 21 erst tragen, wenn ihr in Dungeons reingeht. Ihr müsst einen Katakomben Level 21 haben, um diese Brustplatte zu tragen. Und je nach Stufe der Brustplatte geht das Level hoch. Bedeutet, wenn ich die jetzt auf Tier 10 upgraden würde, könnt ihr sie erst ab Level 24 tragen. Worauf ich denn gerade arbeite, weil ich das wahrscheinlich für Floor 7 brauchen werde, aber das ist ein anderes Thema. Ihr seht, Growth 5, Protection 5, Rejuvenate 5, True Protection 1. Also Reforge, Loving. Warum auf die Chestplate Loving und nicht Necrotic? Ganz einfach, ihr kriegt trotzdem so viel Mana, als wenn es Necrotic wäre, aber ihr erhöht euren Ability Damage bei 5%. Klingt nicht viel, stapelt sich. Gerade gegen viele Gegner. Genau. Das ist mein aktuelles Setup. Ich benutze die Shadow Goggles, Loving Chestplate Tier 9, arbeite ich noch auf Tier 10 gerade hin, immerhin. Necrotic Necromancer Lord Leggins und die Giant Necromancer Lord Boots. Noch wichtig, die Frostblätter habe ich gecombobulated, für mehr Leben, mehr Verteidigung. Wie gesagt, ihr haltet mehr aus. Sehr, sehr gut. Genau, das ist mein aktuelles Setup. Was ihr natürlich noch mitnehmen könnt, ist für die Rätsel eventuell. Hier ist ein Bogen, damit ihr das Blaze-Rätsel machen könnt, zum Beispiel. Oder das Creeper-Rätsel. Was ich noch gerne persönlich dabei habe, ist mein AOTE. Einfach, falls mal doch ein Gegner sehr, sehr nahe kommt, ein Shadow Assassin oder ein Lost Adventurer, kann ich einfach ganz kurz nehmen und kann mich, ich kann sehr, sehr schnell, beispielsweise auch dort oben, kann sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr viel Distanz aufbauen zwischen mir und ihm. Bedeutet, ist ein guter Weg, um wegzukommen von eurem Gegner. Ebenfalls wichtig, vielleicht Ultimate Vice 5 drauf, falls ihr noch das nochmal übrig habt. Der Rest ist relativ unnötig, ihr Benutzerschwert, großteils nur zum Warpen. Ansonsten nehmt ihr immer mit Superboom-TNTs, um Gräber aufzuspringen oder Krypten und so weiter und so fort. Spirit Leaps, damit ihr schnell zu euren Leuten kommt. So ein Dungeon-Chest-Key ist auch nicht schlecht, falls ihr mal am Ende des Dungeons zwei Sachen bekommt, die ihr mitnehmen wollt. Und was wichtig ist, auf den höheren Stufen braucht ihr diesen Dungeon-Orb nicht mehr, aber ihr müsst ihn trotzdem mitnehmen. Ohne den könnt ihr nämlich eure Q-Fähigkeit im Thunderstorm nicht einsetzen. Was der Thunderstorm macht, ist auch nochmal extra Damage auf alle Gegner, die in eurer Nähe sind. Gut, haben wir erstmal das klassische Mage-Setup dort. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu anderen Klassen, fragt sie gerne in den Kommentaren. Ich werde sie euch gerne beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch Extras haben wollt, wie zum Beispiel das hier unten, was ich habe, da seht ihr hier, kann ich hier alles anklicken, seht ihr die Preise von den Sachen, die Chessplate, 5 Millionen, bla bla bla, oder hier, bei Slash Dungeon, ich habe so eine Karte noch im Dungeon oben links, ich habe einen Blaze-Solver, damit ich sehe, welchen Blaze ich anschießen muss, Party-Kicker für Leute, damit ich weiß, was, damit die Leute automatisch gekickt werden, falls sie nicht den Entforderungen entsprechen. Puzzle-Solver, dieses Drei-Mann-Rätsel, hier für Heiler, hier könnt ihr eure Leute besser sehen und hier dann Loot-Tracker, den kann ich auch noch kurz anmachen, das seht ihr hier, seht ihr alles, was ihr gemacht habt bis jetzt oder bekommen habt, wenn ihr drin seid im Dungeon. Das hier ist Dungeon Utilities, ich werde euch ein Video dazu verlinken beziehungsweise einen Kanal dazu verlinken, der solche Themen macht, damit ihr seht, wie ihr es am besten und schnell installieren könnt. Das hier ist außerdem Not Enough Updates, kann ich euch ebenfalls sehr, sehr gerne einen Link zugeben, gibt es auch ein besseres Auction House, meiner Meinung nach, als wie im normalen Auction House halt. Vielleicht würden wir jetzt hier nach einem Yeti suchen, zack, na, seht ihr hier, kann man auch hier unten filtern, ganz kurz, wo ist es, da Clean Only oder Encharted Only, Bin Only, ne, ihr kennt das Auction House Prinzip, Lowest Bin, zack, seht ihr nur noch angeln, dann Schwerte und dann Yetis. Zu beiden diesen Sachen und weiteren nützlichen Sachen, die euch installieren können für eure Minecraft, die auch erlaubt sind, keine Sorge, verlinke ich euch den Kernseife, er macht gute Videos dazu, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.